Der Börsenexperte Meisterbörse Wie lautet der Tinkansen für Euro pro Wurmloch, wenn in den letzten neun Tagen das höchste Hoch gleich 3 war und das tiefste Tief gleich 1? 3 plus 1 geteilt durch 2 gleich 2 Der Tinkansen für Euro pro Wurmloch ist gleich 2 Siehe rote Linie in Zeichnung